Dann bringen wir erst die eine Mission weg. Ist das Auto mal hier, ne? Ja, Zedus wartet wieder, dass ich ihn... Du greifst da schon zu. Ob das was wird hier? Ach du Scheiße, ich seh's jetzt schon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wow! Wow, ich hab... Und tschüss. Einfach drauf losfahren, scheiß drauf. Ich sag nichts. Du und Auto fahren hier, ne? Du weißt aber, du drauf nicht eigentlich hier fahren hier. Ob ich mein Geld loswerden will, dann schmeiß ich das... Ich bin hier schon wieder gelandet. Ja. Ich mach das schon. Ist mir sicherer. Komm wenigstens an. Neh mal das hier. Ich versuch einfach nur, ich versuch's nur, ich versuch's nur. Nein, wir schaffen das nicht! Wo fährst du denn hin? Da war ne Rampe. Ja, aber voll falsch, du Idiot. Da war ne Rampe. Bist selber nicht besser. Voll Idiot. Ich dachte auf eine Rampe, die fliegt mir rüber. Nein. Holte sie ihn nicht. Nein, überhaupt nicht. Boah, schießte da. Tschüss. Tschüss. Ah. Weil dann weiß ich noch nicht mal, wo wir lang müssen. Ich hab den denn falsch da. Was sind das für Dinger? Ich hab keine Ahnung. Der hat noch voll viel aus. Der hat noch voll viel aus. Nein, nicht Jungen wieder. Ich glaub ich renge weg. Wohl. Okay. Ich glaube ich weiß, wo ich hin muss da. Na? Ja, ich hab's geschafft. Da wollte ich nicht reinfahren. Blümel hasse ich diese Mausflinkung. Hallo. Hallo. Da bin ich schon. Klappivogel. Nö. 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 Na gut, ich spiel damals mittlerweile null oder so. Nö. Und abgeben. Nö. 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 Stimmt das. Vor allem. Ein ganz schön niedriges Level kann das sein. Hm? Kann das sein, dass wir kein schön niedriges Level sind? Ja. Sind wir auch. Wir kriegen Level 9 Waffen. Ja. Deswegen mein ich das ja. Bisschen komisch, ne? Wir halt. Wir sind immer schon weiter als wie eigentlich es heute. Vor allem mit dem Level. Krass. Oh. Scheint wieder Betas-Punkte zu geben. Ja. Einen zumindestens. Schlüssel-Punkte zu geben. Oh. Ich hab jetzt den Schlüssel. Ja. Mhm. Na wo ist denn? Zur Mission, ne? Oh. Warum hinten drauf? Du hast dein eigenes Auto. Du warst doch grad so schön am Fahren. Was egal. Aber was für riesige Viecher, ne? Aber voll lustig, die Viecher. Ja genau. Weißt du, die ollen Geier? Hm? Die sind noch schlimmer geworden hier. Ja. Hier. Obolitions-Trap. Hm. Alter. Warte hin sollen. Warte ab. Boah, ehrlich? Ah, das heißt, du weißt, was das heißt, ne? Was denn? Sind voll getrennt eben. Ja. Ja, mach mal. Perseito und so. Was denn dies und das? Ich springe eben schnell raus. Hier muss hier einer abgegeben sein. Aber was mach ich da eigentlich? Ich weiß nicht, wo. Wo eigentlich? Ich weiß, es ist doch nicht geguckt. Ich hab ihm nur gesagt, was mach ich da eigentlich und nicht wo. Du sollst nicht dumm sein. Beeilung. Es gibt noch mehr Orte, an denen wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Los! Konzerne sind so außer Kontrolle. Man sollte ihnen eine Lektion erteilen. Ja, jetzt mal wieder. Ich hab sie schon erwähnt. Hat Atlas mal geschrieben und sich über fehlende Läden für vegane Kost beklagt. Aber sie hat den Brief zerrissen, bevor sie ihn abschickte. Die Nerven. Dann zog sie wieder in die Villa ihrer Eltern aus Hemmes. Ich glaube, einige sind einfach nicht fürs blutige Politikgeschäft gemacht. Kann ihm mal die Schnauzeiten? Das klingt total. Sorry. Nervig. Wolltest du sagen. Nö. So wie ich das gesagt hatte. Kann man die Schnauzeiten. Wie sollen wir da wieder rüberkommen? Oder nicht? Einfach unten langfahren dann. Naja, da hinten ist das. Ist das deine Ernst, dass du da nicht rüber springst? Nein, da komm ich nicht rüber. Nein, nein, nein. Ach, leck mich am Arsch. Ist oben. Oben, unten, oben, unten. Oben wahrscheinlich. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Kannst du mal bitte das Plakat da dranhängen? Hallo? Ach, yo. Ehrlich? Frei mich mal bitte. Warte mal. Ups. Mach das hier. Jo. Was war das denn jetzt? Luft. Ja, die bräuch ich ja nicht. Wann auch machen. Geh, muss ja aufhören, auch Hilfe. Oh, schieß weiter. Hm? Schieß weiter da oben drauf. Ich hab dein Freund von mir. So, weg ist das Ding. Oh, ja, das sieht toll aus. Alles noch. Aber beeil dich. Er hat schon Gebäck aufgetragen. Alter, wie soll das denn gehen? Mal ganz ehrlich. Guck mal, nur noch eine Minute. Ach so. Muss ich jetzt erst? Alter, das ist doch kacke. Ich hab mich gar nicht gesehen, dass es mit Zeit geht. Du? Na klar. Vielleicht schon ganze Zeit mit Zeit. Hör gar nicht drauf an. Hör gar nicht drauf geachtet. Oh, neues Level bist du. Naja, das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Naja. Egal. Schaffen wir nicht mehr. Und hier. Karen wird vor Selbstgefälligkeit platzen. Das krieg ich ewig um die Ohren. Vielen Dank auch. Ja, das heißt, wir müssen doch getrennt. Ja, aber ich will dir jetzt nicht nur machen. Wir müssen. Lass uns die machen. Nö. Ich hol sie denn auch. Ach, Flash, ehrliche. Klar. Wir hängen jetzt fast zwei Level zurück. Ist das Ding an? Die Volksfront von Concordia braucht nach wie vor deine Hilfe. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabi netterweise einen Haufen Plakate gedruckt. Würdest du sie abholen? Sie sind hier an unserer geheimen Basis. Sie sind hier an unserer geheimen Basis. Hallo, bist du hingegangen? Ich bin nicht dabei. Du bist ja wieder... Ah, du hast dich ja gleich verpisst eben. Ja, wir haben jetzt einen Vorteil. Das Ding ist offen. ...